Gudrun Thielemann ist eine deutsche ehemalige Schauspielerin. Leben! Die Tochter des Ingenieurs Max Thielemann besuchte die Oberschule und ließ sich an der Theaterschule des Hamburger Deutschen Schauspielhauses künstlerisch ausbilden. An dieser Spielstätte gab sie 1947 auch ihren Einstand. Nach einem Zwischenspiel an der Niedersachsen-Bühne in Höxter in der darauffolgenden Spielzeit kehrte Gudrun Thielemann wieder in die Hansestadt zurück und wirkte anschließend unter anderem am Theater im Zimmer und den Kammerspielen. Zu ihren frühen Bühnenrollen zählen die Janet in Jean Anuilles, Romeo und Janet, die Leonore Deste in Goethe's Tocquato Tasso, die Marie in Büchners Wojcik, die Gloria in Schossmann kann nie wissen und die Frau Curlies in Steinbecks von Mäusen und Menschen. Ab 1952 kamen Angebote vom Kinofilm sowie zahlreiche Hörspielaufgaben vom NWDR hinzu. Bald darauf gewann das Fernsehen Bedeutung in der Karriere Thielemanns. Bereits 1954 ist ihr erster TV-Auftritt nachweisbar. Die hochgewachsene blonde Künstlerin wurde vor der Kamera anfänglich mit Rollen als Krankenschwester, Zimmermädchen oder Sekretärin betraut. In späteren Jahren besetzte man sie oftmals als elegante Dame von Welt und gut situierte Ehefrau aus dem Großbürgertum. Neben Auftritten in ZDF-Krimi Ryan sah man Gudrun Thielemann vor allem in Literaturadaptionen. Nebenbei widmete sie sich Synchronaufgaben. Mitte der 70er Jahre nach einem Auftritt in einer Derek-Folge zog sich die Künstlerin 50-Jährig ins Privatleben zurück. Seit 1958 ist Gudrun Thielemann mit dem Berufskollegen Günther Schramm verheiratet, mit dem sie bereits Ende der 50er Jahre erstmals gemeinsam aufgetreten war. Sie hat eine Tochter und zwei Söhne. Von 1982 bis 2001 lebte das Ehepaar Thielemann Schramm auf Vancouver Island in Kanada. Heute wohnt das Ehepaar wieder in München. Filmografie Fernsehen 1954 1954 Künstlerpech 1956 Ein Ausgangsstark 1958 Schwarze Seide 1958 Der Dank der Unterwelt 1961 Gestatten Mein Name ist Cox 1962 Stahlnetz Spur 211 1963 Dame Kobold 1963 Die Grotte 1964 Der Trojanische Krieg findet nicht statt 1965 Carrey 1965 Das Kriminalmuseum Episode 14 Der Brief 1965 Das Kriminalmuseum Episode 21 Der Koffer 1965 Perlenkomödie 1966 Geronimo und die Räuber 1967 Ein Fremder klopft an 1968 Nur ein Cello 1968 Madame Le Gros 1969 Die Auferstehung 1972 Erinnerung an einen Sommer in Berlin 1975 Zahnschmerzen 1976 Derrick Kino 1952 Ich warte auf dich 1952 Klettermex 1953 Vergiss die Liebe nicht 1957 Tolle Nacht 1958 Nachtschwester Ingeborg 1960 Brücke des Schicksals 1960 Agatha Las das Morden sein 1962 Das Leben beginnt um 8 1967 Kurzer Prozess 1970 Heintje Mein bester Freund